was geht ab leute haugen hier dünnertour berlin ich bin zufällig irgendwie in berlin gelandet und ich bin zufällig irgendwie vor diesem dünner hier gelandet eddies gemüse kebab bewertungen sagen gut aus ich brauche einen dünner ich brauche was zu essen let's go also erst mal bin ich zum ersten mal hierher geflogen erster deutschland inlandsflug weil deutschland einfach so dreist das bild fliegen einfach so viel billiger ist zweitens war dann sticker von big boba begeistert der hat so ein bief mit werbe bief hat ein bisschen spanster gut aus alles frisch oben noch ein bisschen zitrone drauf fleisch check ich habe schön salzig ist jetzt kein überkastig super saftiges fleisch aber ist der kapitel das gemüse und salat drin ist auch ziemlich viel soße kommt geil Brot ist auch solide nicht schlecht raus unten sammelt sich fleisch saft und soße immerhin zum ende ist auf jeden fall noch mal besser geworden room tour bett schreibtisch wir sind auch schon eine weile am chillen ich war noch sehr müde erst mal ein nickerchen pipi kacka machen ausrunde was zu trinken holen meine freundin ist am grillen gefragt ob ich vorbeischauen will aber ich weiß nicht man es ist so heiß danke how did we get here boys and girls cooler park hier kann gegrillt und shisha gekauft werden ich glaube das ist in münchen sehr 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 selten geworden so deswegen bin ich hier leute da steht first lavagrill dünne in berlin und das sieht echt heftig aus let's go leute let's go ich nehme dich auf oder? ja ich nehme auf du bist nur mein licht ja ich brauche noch jemanden der die kammer gehält jetzt haben wir eine lichtfrau leute ach so kannst du ja okay diese bilden kamera frauen die versuchen so irgendwelche fahrten einzubauen Was sagen Sie? Oder sagen Sie nichts? Ich muss das mal essen und es auf mich einwirken lassen. Okay. Sehr gut, geiles Fleisch. Tausendmal besser als der, den wir heute Mittag hatten. Ah, das ist super fresh. Geiles Wort. Und das Fleisch ist hier das da. Also das Fleisch schwingt noch eindeutig aus. Ja? Ja? Ja. Also was man mit Mengen könnte, das ist vielleicht ein bisschen wenig gefüllt, bisschen wenig Fleisch. Es war schon ein kleines Häppchen eher. Ist zwar kein Döner, aber Goldies war 30 Meter einmal um die Ecke. Der wird mitgenommen. Guck mal den, glaube ich, Leute. Double Cheese und Fries. Das ist gut. Verdammt gut. Ja. Ja. Selbst mit diesem schlechten Service ist das immer noch Hauptbewertung. Was? Achso. Ja. Das war mir. Ja. Nichts, doch. Ja, nein. Ganz schön. Ganz schön. Ich schau dich jetzt zur Zunge hier jetzt. Sehr gut. Haben wir, zum Beispiel? Und so. Können wir. Ist gut, obwohl so viel Käse ist. Und ich mach einfach Käse. Digga, Insimo ist heute nicht bei uns. 20 Käse. Ultimative Insimo-Modus, Leute. Bisschen Alkohol umsonst. Bisschen Shisha umsonst. Bisschen Luftballons umsonst. Ich geh jetzt zum Hotel mich fresh machen. Pennen und morgen geht's weiter mit paar Dönern, Leute. Oh, nein. An langen Nacht gibt's jetzt Frühstück. Der auf Instagram gehypte, supernette Dönerverkäufer. So, das ist er. Wir müssen runter in die U-Bahn, weil wir müssen schon weiter. Also für einen Laden, wo der Haupt-Main-Character so einen super freundlich auf TikTok macht, sich vermarktet, waren die restlichen Arbeiter, also er war nicht da, nicht besonders freundlich. Also sie waren nicht unhöflich, aber sie waren jetzt auch nicht besonders freundlich. Also riecht eher unhöflich, aber nicht wirklich unhöflich. Hatte schon ein bisschen vom Döner, vom Fleisch. Ja, check okay. Jetzt nix allzu besonderes. Ich mag das Brot, sehr schön dünn. Fleisch ist okay. Soßen sind geil. Radat, alles super fresh. Ja, das ist ein solider Döner. 6 Euro. Ich glaube, bisher haben alle Döner hier 6 Euro gekostet. Kann man machen. Also jetzt ohne den TikTok-Mann, wahrscheinlich überhaupt nicht empfehlenswert. Ist einfach ein normaler Döner. Fleisch ein bisschen schwach sogar. So Leute, nach unserem gefühlt 20. Mal in Berlin, haben wir es endlich zum Thai-Pack geschafft. Ja man, da ist aber was zu tun. Thai-Eistee, ja man, das will ich. So Leute. Wie Thailand, Leute. So, laut dem Verkäufer der beste Thai-Eistee hier. Und schmeckt's? Die benutzen auch diese Messer zuhause. Obwohl wir ihn deutschisch lehnen. Wir sind nur Messer aus Asien. Hallo. So, letzter Tag. So, Musterfassen nehmen wir noch mit. Für unseren Kollegen Hamid. Der schwärmt ja immer davon. Wir hatten einen in München, der hat aus unerklärlichen Gründen dicht gemacht. Es war immer Schlange, es war immer gut besucht. Aber der hat einfach dicht gemacht. Wir wissen es nicht, warum. Aber der Kollege schwärmt immer noch von diesem Döner. Dachte ich mir, wenn wir eine Berlin-Döner-Tour machen, können wir uns den auch nochmal machen. Ich weiß nicht, dass es sich nicht lohnt, weil ich kenne den ja. Geheimzutat ist halt, ich weiß nicht, diese Sojasauce Maggi für mehr Glutamat-Geschmack. Perfekt, oder? Ah. Das Fleisch. Sehr full. Sehr, sehr full. Ist schon sehr lange her, dass ich den hatte. Seitdem habe ich eine Menge Döner gegessen. Ich kann euch sagen, der Held spielt nicht mehr oben mit, Mann. Er spielt gar nicht mehr oben mit. Da ist Gemüse, Grillgemüse und Salat drin. Das ist viel zu viel. Und Käse. Das nimmt zu viel vom Fleisch weg. Ist auch so full. Einige Sachen passen irgendwie so gar nicht zusammen. Harmoniert gar nicht. Also bei Rüem muss man schon lange anstehen. Und Rüem ist tausendmal besser. Ja, okay, tausendmal ist es übertrieben, aber Rüem bei weitem besser. Als Beispiel. Ich fand sogar jetzt den Döner des Mutters von Hans Kebab besser. Mit Ananas. Das ist eine Kacelette. Das ist eine Kacelette. Das ist eine Kacelette. jetzt am flug auf angekommen war ich natürlich vom alexander platz 25 minuten vielleicht dann hier nicht viel los ist auch montag abend durch security ging auch ziemlich schnell und jetzt habe ich online gesehen es gibt priority pass eine ich würde sich mal launch nennt so mögen pick irgendwas die anderen lounges kann ich irgendwie mit priority pass nicht begehen nur so ein möwen pick ding wo ich bis zu 23 euro gutschein bekomme und ja schauen wir mal wie das so funktioniert ob ich das finde ob das klappt so das priority pass und launch key was krypto da kommt ja nicht mehr hat wir haben von launch key auf priority pass umgewechselt ja und wir haben jetzt hier 23 euro zur verfügung so ein ticket karte gescannt body pass gescannt und ja jetzt können wir uns was für 23 euro oder vier euro schon mal so das kriegst du für 22 60 hätte noch zwei haribo typen nehmen können und dann wäre ich genau auf 23 gekommen das ist interessant also so ein system hatte ich auch noch nie überall sonst kriegst du sogar zu launch ist und dann kannst du so viel essen und trinken wie du willst aber an sich ist du ja nicht so viel und das hier ist auch ein dünner passend zur dünner tour berlin dünner noch am flughafen wurde mir sogar warm gemacht dass der letzte dünner dann geht's heim da sind mal tomate drin mit poltchicken ja könnte man schon als dünner bezeichnen das ist erstmal groß gar nicht so schlecht ja dieses chicken diese masse schmeckt eigentlich nur noch der marinale es hat nicht wirklich chicken geschmack und dann noch die joghurtsoße kennt ihr diese fertig sandwiches aus dem supermarkt und so ungefähr schmeckt das war's von mir seit der unter dünner tour aus berlin wenn man like, subscribe, kommentieren, checkt die hüse, folgt mir gerne auf instagram und investiert in bitcoin def im club, crypto cashro generieren, tschüss und tschau